In diesem Video lernst du, was man unter einem Modem und einem Router versteht. Moment, Modem, Router, ist das nicht dasselbe? Nein, es handelt sich hierbei um zwei verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Funktionen innerhalb eines Netzwerks. Um zu Hause oder im Büro Internet nutzen zu können, benötigst du ein Modem. Das ist die eigentliche Brücke ins Internet. Ein Modem stellt eine Verbindung zu deinem Internet Service Provider, kurz ISP, her, der dir dann den Zugang ins Internet ermöglicht. Das Modem vermittelt also zwischen dir und deinem ISP. Das Wort Modem setzt sich aus den beiden Begriffen Modulator und Demodulator zusammen. Was ist damit gemeint? Da ein Computer nur digitale Signale verarbeiten kann und die Signale im Internet analoger Natur sind, braucht es einen Übersetzer, der die vom Computer ausgehenden Signale in analoge Signale und die vom Internet eingehenden Signale in digitale Signale umwandelt. Die Umwandlung von digitalen in analoge Signale wie Radiowellen nennt man Modulation und die Umwandlung von analogen in digitale Signale Demodulation. Ein Modem ist also dafür da, die vom Computer ausgehenden Signale zu modulieren und die vom Internet eintreffenden Signale zu demodulieren. Ein Modem liegt an der Telefonleitung an und stellt darüber eine Verbindung zum Internet her. Sie können allerdings nur ein einziges Gerät via Kabel mit dem Internet verbinden, weshalb sie mittlerweile kaum noch so verwendet werden. Was man heute nutzt, stelle ich dir später vor. Ein Modem arbeitet auf Schicht 1 des ISO-OSI-Schichtenmodells, also der physikalischen bzw. Bit-Übertragungsschicht. Kommen wir nun zu den Routern. Diese arbeiten im Vergleich zu Modems auf Schicht 3 des ISO-OSI-Schichtenmodells, also der Netzwerkschicht. Ein Router kann verschiedene Geräte innerhalb eines Netzwerks kabelgebunden via Ethernet oder kabellos via WLAN miteinander verbinden. Bei der Aussprache kannst du entweder Router oder Router sagen. Die Aussprache, die ich am häufigsten in meinem Umfeld höre, ist Router. Ein Router befindet sich zwischen den Geräten in einem Netzwerk und dem Modem. Dadurch wird die Internetverbindung vom Modem allen an dem Router angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt. Zur Adressierung werden sogenannte IP-Adressen verwendet. Wenn du Näheres zu IP-Adressen erfahren möchtest, kannst du dir mein Video dazu anschauen, das ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wenn ein Paket beim Router ankommt, dann schaut sich dieser die IP-Adresse an und stellt fest, ob das Paket für sein eigenes oder ein anderes Netzwerk gedacht ist. Ist es an sein eigenes Netzwerk adressiert, akzeptiert der Router das Paket und leitet es intern weiter. Wenn das Paket dir doch für ein anderes Netzwerk gedacht ist, schiebt er es einfach weiter. Aufgrund dieser Funktion nennt man Router auch Gateways eines Netzwerks. Damit sich ein Paket über mehrere Router hinweg den Weg zum Ziel bahnen kann, sind passende Routing-Protokolle vonnöten, die wiederum geeignete Algorithmen implementiert haben, mit denen zum Beispiel kürzeste Wege vom Start zum Ziel gefunden werden können. Der Dijkstra-Algorithmus ist ein Beispiel dafür. Auch hierzu habe ich schon ein Video gedreht, das ich dir unten verlinkt habe. Wenn du nur ein Gerät mit dem Internet verbinden möchtest, benötigst du übrigens keinen Router. Dann kannst du dieses Gerät direkt über ein Netzwerkkabel mit dem Modem verbinden und dieses gewährt einem dann den Zugang zum Internet. Früher hat das vielleicht noch ausgereicht, doch heutzutage hat man mehrere Geräte, die gleichzeitig ins Internet wollen, wie beispielsweise ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop und eine Spielekonsole. Deshalb ist zusätzlich der Einsatz eines Routers erforderlich, der es erlaubt, mehrere Geräte, kabellos oder kabelgebunden, miteinander zu vernetzen. Der Router wird dann als einziges Gerät direkt an das Modem angeschlossen und ab geht die Post. Damit man sich nicht zwei verschiedene Geräte, also ein Modem und einen Router kaufen muss, bringt die heutzutage häufigste Routerform, nämlich der WLAN-Router, bereits ein integriertes DSL-Modem mit. Im Gegensatz zu einem einfachen DSL-Router, in dem ebenfalls schon ein DSL-Modem verbaut ist, kann man die Geräte nicht nur via Kabel, sondern auch drahtlos via WLAN verbinden. Und was nutzt du zu Hause? Ein Modem? Ein DSL-Router? Oder sogar einen WLAN-Router? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank für's Zuschauen.